Vor gut vier Monaten habe ich euch den Backforce One Gaming Stuhl vorgestellt und ich sitze mittlerweile seit insgesamt zehn Monaten täglich einige Stunden auf dem Teil. Im letzten Video konnte ich einen Backforce One an euch verlosen und jetzt hat mich der Hersteller gefragt, ob wir das nicht einfach nochmal machen wollen und daher gibt es heute ein kleines Follow-Up-Video mit weiteren Eindrücken zum Stuhl, mit ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen und selbstverständlich mit einer weiteren Verlosung. Nach dem Intro und einem kurzen Spot geht's los. Viel Spaß dabei! Das heutige Video wurde mal wieder von meinem Partner Lizengo unterstützt, dem größten Online-Shop für neue Software in Europa. Hier gibt es Produktschlüssel für z.B. Windows 10, verschiedene Microsoft Office Versionen, Antiviren oder Multimedia-Programme und sogar Anwendungen aus dem Serverbereich sind dabei. Nach dem Kauf erhaltet ihr einen entsprechenden Download-Link und natürlich auch den zugehörigen Produktschlüssel. Solltet ihr an irgendeiner Stelle Hilfe benötigen, steht euch ein geschulter Support auf Deutsch oder auch verschiedenen anderen Sprachen zur Verfügung. Außerdem bekommt ihr mit dem Gutscheincode IT-Rate.de 10, 10% Rabatt auf alle Microsoft Produkte außer Office 365. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung, guckt dort also auf jeden Fall mal vorbei. Mein Fazit des letzten Videos war ja durchaus positiv und es gab fast gar keine Kritikpunkte. Den ausführlichen Testbericht verlinke ich euch nochmal oben beim kleinen i, da könnt ihr euch also detailliert über den Stuhl, die Features und meine damalige Meinung informieren. Ohne jetzt lange drum herum zu reden, kann ich euch direkt schon sagen, dass ich nach wie vor absolut vom Backforce 1 überzeugt bin und da jeden Tag wirklich gerne drin sitze. Dass das nicht einfach nur so dahingesagt ist, sieht man denke ich auch, wenn man mich ein bisschen verfolgt, da ich nicht nur in verschiedenen Videos auf dem Stuhl sitze, sondern zum Beispiel auch in dutzenden Instagram Stories. Dass ich hier nicht ganz falsch liegen kann, konnte man außerdem tatsächlich an euch sehen, da ich bestimmt von 30 oder 35 Zuschauern, die den Backforce 1 gekauft haben, eine sehr positive Rückmeldung bekommen habe. Negatives Feedback gab es auch, das will ich euch natürlich nicht verschweigen, ich glaube zweimal, da wurde aber nicht die Qualität oder sowas bemängelt, sondern eher die Form bzw. der Sitzkomfort und das kann bei einem Massenprodukt natürlich passieren. Im Endeffekt ist nun mal jeder Körper unterschiedlich, manche Leute haben längere Beine, andere Leute vielleicht einen längeren Oberkörper oder sind generell größer bzw. kleiner und somit kann ein Stuhl niemals für jeden Menschen auf der Welt perfekt passen. Der Zustand von meinem Exemplar ist nach wie vor sehr gut, was bei einem Stuhl dieser Preisklasse nach nur 10 Monaten Nutzung aber auch definitiv so sein muss. Es gibt also überhaupt keine Abnutzungserscheinungen bei der Sitzfläche oder der Rückenlehne und auch die Polsterung fühlt sich an wie am ersten Tag. Das einzige, was mir aufgefallen ist, was aber eher meine Schuld ist, sind leichte Gebrauchsspuren an der Backplate. Ich bin da häufiger mal an die Tischkante gekommen und das hinterlässt auf Dauer natürlich Schramm, wobei sich das noch stark in Grenzen hält, also auffällig ist es definitiv nicht. Sowas passiert relativ schnell, wenn man etwas schwungvoller aufsteht, ohne den Stuhl dabei großartig vom Tisch wegzurollen. Wie erwartet habe ich die Gamer Puls LED an der Rückseite im Grunde nicht ein einziges Mal verwendet. Ich finde es sehr cool, dass mein Logo da drin ist, aber die Beleuchtung, für die man ja auch ab und an den Akku aufladen muss, halte ich immer noch für unnötig. Die Teilnahmebedingung für das erste Gewinnspiel war es, einen Kommentar mit euren Eindrücken bzw. vielleicht auch Kritikpunkten zu schreiben und da wurden hauptsächlich zwei Dinge genannt, der Preis und die Armlehnen. Zum Preis kann man im Endeffekt nicht viel sagen, der Stuhl ist halt sehr teuer, um genau zu sein kostet er 479 Euro. Wenn man allerdings Qualität und Ausstattung bedenkt und sich mal überlegt, wie lange man diesen Stuhl verwenden kann, relativiert sich das Ganze meiner Meinung nach zumindest etwas. Immerhin gibt Backforce 10 Jahre Garantie auf das Teil und diese Zeit sollte der Stuhl also mindestens durchhalten. Bei den Armlehnen habe ich häufiger gelesen, dass sie billig bzw. sogar wackelig wirken und dass die fehlende Polsterung ein Kritikpunkt ist. Letzteres kann ich definitiv verstehen, wobei die Oberfläche dennoch nicht super hart ist, sondern relativ leicht nachgibt. Trotzdem wäre ein richtiges Polster besser, keine Frage, aber schmerzende Ellenbogen hat man von diesen Lehnen auch nicht und ich verbringe schon echt viel Zeit in dem Stuhl. Billig und wackelig sind die Armlehnen aber definitiv nicht. Sie bestehen zwar natürlich aus Kunststoff, sind aber wirklich sauber verarbeitet und der etwas schmalere Look passt einfach gut in das Gesamtbild. Sie haben auch extrem wenig Spielraum, also selbst wenn man da mal stark dran rumrüttelt, bewegt man eher den ganzen Stuhl als die Lehnen, die Dinger sitzen wirklich fest. Die glaube ich meistgestellte Frage durch euch Zuschauer lautete Backforce 1 oder Noble Chess Hero. Letzterer ist in der Kunstlederversion auf jeden Fall ein Stück günstiger und hat sogar zusätzliche Features wie zum Beispiel eine verstellbare Lordosenstütze und 4D-Armlehnen, die sich also nicht nur hoch und runter, sondern auch seitlich sowie nach vorne und hinten verschieben lassen. Dafür hat der Hero allerdings keine Synchronmechanik, was man wiederum beim Backforce 1 vorfindet. Der Hero ist definitiv kein schlechter Stuhl, das muss man ganz klar sagen, wir bewegen uns hier natürlich auf einem hohen Niveau, aber meiner Meinung nach kommt er im Gesamtpaket nicht an den Backforce 1 heran. Das geht bei der bulligen Optik bzw. formlos, was natürlich eine reine Geschmackssache ist, betrifft aber auch den Komfort und die Wertigkeit. Mir persönlich ist die Sitzfläche deutlich zu hart und die Lordosenstütze ist eher Fluch als Segen, zumindest bei meinem Modell, weil das Ding einfach bei jedem Anlehnen knarzt und quietscht, was mich ehrlich gesagt ziemlich genervt hat. Jetzt könnte man sagen, dass das zweitrangig ist, weil es dabei ja eher auf die Funktion ankommt, allerdings vermisse ich die Stütze beim Backforce 1 überhaupt gar nicht. Wie in meinem Testbericht gesagt, kommt in der Rückenlehne Echtholz zum Einsatz und sie hat eine natürliche Biegung, die ich sehr angenehm finde, dadurch hat man auch automatisch eine gewisse Unterstützung im Lendenwirbelbereich. Die fehlenden Verstellmöglichkeiten der Armlehne lassen sich natürlich nicht wegreden, wer sowas unbedingt haben möchte, wird bei Backforce aktuell leider nicht glücklich, allerdings habe ich mir sagen lassen, dass sich da bald was tut. Beim One kann man im Moment lediglich die Höhe anpassen und die Lehnen komplett nach hinten wegklappen, letzteres ist ganz cool und beim Hero zum Beispiel nicht möglich, allerdings ist das meiner Meinung nach auch kein ausschlaggebendes Feature. Zusammengefasst würde ich mich also jederzeit für den Backforce One entscheiden, auch wenn er ein Stück teurer ist. Design, Form, Qualität und Sitzkomfort sind hier in meinen Augen einfach besser. Manche Dinge davon sind aber wie gesagt auch reine Geschmackssache, gerne könnt ihr mir dazu etwas Feedback in den Kommentaren dalassen. Ab und zu wurde noch nach einem Vergleich zum Game Changer oder den Recaro Stühlen gefragt, allerdings kann ich zu den Modellen leider nichts sagen, weil ich sie noch nie ausprobieren konnte. Vor allem die Recaro Stühle sehen sehr interessant aus, kosten allerdings auch nochmal 50 bis 100% mehr. Dann kommen wir nun wie vorhin angekündigt zum Gewinnspiel. Ihr habt erneut die Möglichkeit, einen Backforce One in Wunschfarbe zu gewinnen und dieses Mal steht auch die Sonderedition mit zur Auswahl, es gibt also 7 Farbmöglichkeiten. Außerdem bekommt ihr noch zwei zusätzliche Patches mit eurem Namen, Gamertag oder ähnliches obendrauf, das Ganze hat also einen Wert von ziemlich genau 500€. Zur Teilnahme müsst ihr lediglich einen Kommentar unter dieses Video schreiben, der Inhalt ist mir prinzipiell egal, aber ein vernünftiger Satz sollte es schon sein. Außerdem würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen, das ist allerdings kein Muss. Gerne könnt ihr auch die Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen. YouTube verschluckt in letzter Zeit leider gerne mal den ein oder anderen Upload. Das Ganze läuft genau eine Woche, sprich bis zum 16.08.2020 um 23.59 Uhr. Ich lose dann am darauffolgenden Tag per Zufallsverfahren den Gewinner aus und kontaktiere ihn entsprechend. Somit sind wir nun am Ende des Videos angekommen, ich wünsche euch allen viel Glück und verabschiede mich. Macht es gut Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!